20 Samstag Ooooooh Hallo und willkommen zu einem neuen Video Leute und zwar Wir machen heute mal was ganz anderes, was ganz klasse Leute und zwar Ihr wisst ja, die ganzen YouTuber haben bei mir gelernt, die haben bei mir trainiert Ich hab sie auf viele Sachen vorbereitet Aber es wird Zeit für einen finalen Test Glaubt ihr YouTuber haben was drauf Leute? Und das werden wir heute herausfinden und zwar Werden wir machen, YouTuber Werden mich Jagen Ich werde den YouTubern ein Angebot machen Mit viel Geld Mit viel Geld Ich werde den Geld zahlen dafür, dass die mich snappen Aber ich werde ihn kommen, kein Problem Wer es haftig zu snappen kriegt 10 Millionen Dollar Und ich würd sagen Leute, wir gehen zu den YouTubern hin Und machen ihnen das Angebot Aber bevor wir das machen, lasst gerne einen Like, Daumen und 10 Glocke Wir werden noch mehr RP mit 1,7 Volt auf dem Zettel Leute, ich würd sagen, wir gehen jetzt alles zu unserem Auto Und dann starten wir Ich würd sagen, wir starten ein bisschen mit Mit Sue Ja doch, wir starten mit Sue, gar kein Problem Und wir gucken mal, was der macht Der war ja verschwunden und ich will immer herausfinden, wo der hin ist Aber egal Leute, ich hab alle meine Autos extra weggemacht Damit die nicht auf die Dinge kommen Eins von meinen Autos zu klauen und gegen mich zu verwenden Weil die Autos sind alle super getunt Und das wollen wir ja nicht, oder? So, wir gucken, testen Okay, Tullus ist am Start, Leute! Mit Tullus haben die ich gar keine Sorgen Jaaaa Ich hab den Tullus ausgemacht Jaaaa Kassettinos, Leute, up to Sue Oh, gut, Leute, wir sind gleich da bei Sue Bin mal gespannt auf der Ob der saft, Leute, weil Der klackt mich immer noch Der hat auf jeden Fall stark geworden Der ist stark geworden Der ist stark geworden Aber warum? Was hat der gemacht? Der war verschwunden langer Zeit Na egal So, wir fahren jetzt erstmal bei ihm Leiden hier, Leute Mal gucken, was denn der vorhat Sue! Ey, Tuan, ich bin hier unten Was geht? Wo bist du? Wo bist du? Oh, pass auf, dass du nicht stolperst Ich hab hier richtig viel Müll rumliegen Was geht, Tuan? Alles klar? Sue, mir geht's gut Komm mal mit Ja? Sue! Boah, dein Auto glänzt ja von Weitem Wie die Sonne einfach Boah! Ja, aber das ist erstmal egal Ja, aber ich will was abzecken hier Sue Wie, du möchtest was abzecken? Was möchtest du denn abzecken? Wir haben jetzt so viel Zeit miteinander verblackt, oder? Ja Das eine oder andere Können sich immer ein bisschen beiblingern Wenn es um Selbstverteidigung geht Richtig, ich hab einiges von dir gelernt Auf jeden Fall Das wird Zeit Mal gucken, ob du auch alleine klarkommen würdest Was passiert, wenn Tuan weg ist, ha? Naja, du weißt selber Ich war auch eine lange Zeit weg Unterschätzt mich nicht, Tuan, ja? Mal gucken, mal gucken Ob du auch was machen kannst Ob da nur Worte sind und da auch Tate dahinter Und zwar Heute habe ich eine besondere Aufgabe Du willst eine Challenge mit mir machen, oder was? Ich hab in Dubai gezackt Du bist laue Junge Okay, Tuan, hau raus Was hast du mitgebracht? Du musst mich snappen Ich werde jetzt in die Stadt fallen Und wenn du saft mich zu snappen Dann kriegst du von mir 10 Millionen Dollar Hm, du meinst also ein Räuber und Gendarmen, oder was? Du bist der Räuber und ich soll dich dann fangen, oder wie? Genau Oder ich bin die Ente und du bist ein Swan Ente ist natürlich besser Okay, nichts lieber als das Ich hatte noch einiges zu tun Aber ich sag mal ein bisschen Spaß am frühen Morgen Vertreib Kummer und Sorgen Kein Problem Ich würd sagen Da ist you Wir sehen uns in der Stadt Hit me if you can Ja Leute, let's go Ab in die Stadt Okay, Leute Ich fau mal erstmal cool Mach geeifert Wir machen geeifert Wir fahren jetzt ein paar Lunden hier im Würfelpark Mal gucken, ob der Junge mich fangen kann, eh Hinten bin ich mal gespannt Wo ist denn der Kleine? Leute, glaubt ihr irgendein YouTuber deine Songs gegen mich? Seid mal ehrlich, eh Gibt Lucy, gibt Max, gibt Sue, Standardskill Alter, wo ist denn das? Der ist doch Der ist fett Der ist fettglade Der ist fettglade Ich hab dich gesehen Ich hab's irgendwo gehört Wo ist der denn? Der gelbe U muss bitte einmal rechts ranfahren Er spricht auch besser als zu dem Juhu Bleib stehen, Duan Warte, Leute Der hat nur ein Motulat, oder? Aber was ist denn mit dir los? So eine Politik, Maxi Uha Ach Aber sowas hält mich nicht auf, Duan Du, du glaubst wirklich, dass ein Motulat Du keine Touren aufhalten, dein Ernst Wie wir anderen ja schon sehen Aber du willst mich hier doch nicht umbringen, oder? Was war das für ein Move? Bist du so zwack, oder was, ha? Okay, du willst jetzt auf diese harte Tour, oder was? Okay Ich sag mal so Ich könnte deinen Reifen jetzt kaputt schießen, wenn du willst Kannst du gar nicht? Ja Mach gut Jetzt reicht's mir So, Leute Leute, er kommt wirklich mit einem Motulat Was ist das für ein Smile-Spur, ha? Denn der kann ja mit dem Toulos mit dem Motulat aufhalten Auf gar keinen Fall, Leute Wir fahren ein bisschen weiter Mal gucken, ob der mich findet Ach, Leute, ist gut Der ist so Smile-Spur Mit einem Motulat Ich dachte, er wäre stark geworden Ich hab mehr von ihm Warte, wisst ihr was? Ich glaub, ich guck mal, ob ich klinge lustig erwisste Weil Sue ist, glaub ich, kein Gegner, Leute Der ist einfach Zarte, ich hab mehr Warte Ich hab wirklich in Sue, hab ich Feuer gesehen Aber egal Wir fahren jetzt einfach mal zu Lustig Und gucken, ob der saftige Mick kaputt zu machen Hä? Sue, bleib stehen Ich wollte nicht schießen Aber wenn du so eine Politik machst, dann hast du es nicht anders verdient Du denkst, du denkst, du bist der Einzige, der es hießen kann Lässt das Oh 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 Geben Oh Oh Wow 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 Weg mit dir Oh Du willst kämpfen? Ich will kämpfen Dann kämpfen wir Ja, komm doch erst mal Jetzt kommt die super ultimative Waffe raus Bist du bereit? You turn, you turn, you turn Boom Boom Wow 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 Und jetzt nimm das Dick mit Zu an Schön deinen Reifen kaputt machen oah okay der kann einfach so ein Tullus-Reifen kaputt machen, Leute Das kommt, wenn du mich wie turn, anlegst Ah, 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 ah Aber nix leist, da muss ich jetzt zugeben. Der hat sich ein Auto besorgt mit Superspeed, Nidlu. Oh mein, Klausolamp. Damit er den Stärkund, das ich vom Turus wieder gut machen kann. Oh, es ist gut, um mich beeindruckt. Nix leist, nix leist als best. Aber, da ist es natürlich noch nicht aus für Tuan, Leute. Ich würde sagen, wir fahren aber ein Stück weg. Wir gucken mal, ob wir vielleicht Lustiger wissen. Na, 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 na. Wir müssen ja jetzt wieder... Warte mal, hat der so einen Dings? Oha! Oh mein Gott, nein, nein. Oh, ich muss ein bisschen Gas geben. Ich hab dir gesagt, unterschätzt mich nicht, Tuan. Oha, okay, Leute, Leute. Wow! Ich hab jetzt eine hohe Panzerung in meinem Tullus. Aber, Leute. Oh, der fliegt sogar. Was? Der fliegt denn? Wir müssen den... Nein, 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 wir können ja lobt nicht... Ich hab eine Idee. Wir holen den in den Tunnel ein, Leute. Ich hab eine Falle vorbeleitet, aber... Nein, 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 das dürft nicht, Mann. Na, komm daher, ich bin im Tunnel. Tuan, ich werde dich noch einholen. Warte ab. Okay, Leute, wir werden uns hier im Tunnel verstecken. Wir warten, bis der in den Tunnel einkommt. Oh, ich weiß nicht, dass die Falle ist vorbeleitet, Leute. Let's go. Oh, komm mit erhoben, dann hältst du mich aus. Ich geb dir noch fünf Sekunden. Ja, okay, ja, ich ergeben mich, ich ergeben mich. Tio, ist okay. Ja, dann müssen wir es antun. Ja. Nimmer zu tun, Liegen. Oh, verdammt, ich hab zu viel gemacht. Hey, weg von meinem Auto. Weg von meinem Auto. Ja, hab ich doch gedacht. Tio, aufstehen, hallo. Tio. Tio, aufstehen jetzt hier. Hey, mach mal kein Slipschen. Tio, tagen meiner Mutter und meinem Vater und meiner Familie, dass ich sie geliebt habe. Heil in die Sonnenhände. Da. Geht ihr besser? Wo bin ich hier? Was machst du gerade? Ja, äh. Was machst du? Hey, warum hast du mich in deiner Hand? Lass mich los. Ja, ist okay. Was hast du hier gemacht? Ja, geh raus jetzt hier. So, mir geht's. Ja, okay, danke. Danke. Tschüss. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich würde sagen, Siu, haben wir besiegt? Aber er war echt stark. Leute, wirklich. Das war knapp, Alter. Hätte ich nicht diese Falle schon vorher vorbereitet, dann wäre ich etwas zeig. Das hätte er sich nicht gewusst. Also Siu, hast du gut Arbeit geleistet? Aber ich würde sagen, wir uns alle nächsten. Und zwar bin ich ihn jetzt angerufen. Klingelt, es klingelt. Es klingelt. Hallo. Hallo. Ja, hallo. cuatro, du siehst. Ja. Kommst du zu meinem Tempel. Was? Kommst du zu meinem Tempel. 迎 chanting. Wieso? Sag mal so, du hast die Songs 10 Millionen zu kriegen. 10 okay bis gleich bis gleich ja leute guckt mit 10 millionen klicks du lustig klan bestimmt denkt ihr wir machen das experiment gegen die wir um 10 millionen wetten aber nein es gibt kein experiment heute werde ich dick zerstöne lustig und zeigen dass ich stecker bin als du wir warten hier auf den leute lustig nettes neues auto wo ist das hell ja von experimenten experimenten lustig 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 und machen wir wieder basketball oder was heute gibt es kein experiment ach so was dann und zwar heute ist eine andere zelle und zwar heute will ich mal testen ob ihr youtuber was gelernt habe ob ihr was drauf habt ob ihr in der stad überleben könnt auch ohne toren deswegen habe ich mir gedacht deswegen habe ich mir gedacht lustig ich fahre jetzt gleich die stad los und du musst mich festhalten mäßig du musst mich aufhalten ich werde von dir fliehen ich halte dich fest ja und los gelassen guck hat nicht geklappt ja okay ja und wenn du mich bekommst und mich unfähig machst dann klicken 10 millionen dollar wie sehen wir uns lustig du hast keine chance gegen mein ausgleich du glaubst du bist nicht stark genug du glaubst du mein okay okay dann komm dann zeit was du da auf was was ist das denn wir müssen ein bisschen wir müssen ein bisschen anlauf nehmen wir müssen ausweisen zack oh bitte über das auto er hat einen class gemacht er muss wieder umgehen ich fahr zu nein verdammt das auto ist stark wie du hast mich ich kann immer noch alles machen okay leute lustig meint das ernst er hat eine op klack also auf jeden fall er hat bessere chancen muss sagen wobei der locket auto war stark von ihm warte mal wir drehen hier ganz kurz um so jetzt kommen wir da ist lustig wir fahren voll ich glaube er ist der karl ist verdammt 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 okay wir machen das lauer die man das lauer meine auto ist immobil nein 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 wenn wir ihn fallen nein der hat nie gefallen gelockt was können wir hier machen was können wir gegen die musik machen ich hab eine idee ich hab eine idee oh 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 sehr gut sehr gut der kommt nicht nur halt klar wenn viele autos erwähnt dann lahmt die alle weg die explodieren aber mein tu ist natürlich super versteckte banzerlungen okay wir müssen irgendwo an waffen lang kommen wir müssen waffen holen okay er waren sofort wieder aufgemacht leute so mal gucken ob sein auto was aushält wenn wir mit laufsießen okay dahinten kommt er dahinten kommt er okay wir müssen versuchen die lifen kaputt zu machen wir uns hinter dieses auto verstecken genau das habe ich jetzt gewollt hände hoch du hey lustig lustig ich hab meine waffe weggemacht los ah ah das ich habe dich doch ah erlblock ich habe dich ja dann hättest du mal das neue absicht soigen was soll auf du du sagst du bist ein schlechter fall jeder ich hätte dich verhkelt was du es geht nicht um populär du musst mir kampfunfähig machen was ist das ah gott esuldigung lustig also wirklich ich hätte mehr von dir erwartet lustig Mein Gott. Wie, du willst einen Klack wieder haben? Ich gebe ihn dir nur wieder, wenn du... Hups, hab ich dich kaputt gemacht. Wenn du fleifilig aufgibst. Ich gebe meinen Truck. Gibst du auf? Ja, okay, ich gebe auf, ich gebe auf. Warte, warte mal, das gefällt mir nicht. Hände oben, ich gebe auf. Ja, okay. Leute, warte, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Geil, du kannst. Okay, ich hole dich jetzt. Leute, ich wusste auch, dass er es machen will. Ich kann auch mit uns spielen. Ah! OP-Truck! Ja! Hier ist du von außen, OP-Nick von innen! Ja! Lustig! Was? Harry, das ist zu verlullen! Oh, guck mal, wie sauer das ist, Leute! Auch Twanshaft ein OP-Clack. Ich habe mal ein bisschen Köpfen benutzt. Nicht nur Loa-Gewalt, Leute, so sieht es aus. Lustig hat sehr, sehr starke Loa-Gewalt. Naja, Leute, wir haben Lustig auf jeden Fall jetzt besiegt. Ich würde sagen, es wird Zeit für den nächsten YouTuber. Und, ähm... Ah, wisst ihr was? Ich komme mal wieder, wie so ein listiger Oldschool-Hase mal wieder hier an der Straße. Ich hatte ein bisschen mehr drauf, weil sie zwei Neuen da... Wir rufen ihn kurz an. Hallo? Ah, Stani! Ja, was willst du? Ja, wie, keine Zeit. Du bist voll der Länder geworden! Wurzleiß in Blue Los Santos! Nerv, Mann, ich habe jetzt wichtigere Dinge zu tun. Was willst du tun? Ist egal, als 10 Millionen GTA-Dollar zu verdienen. Was? 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 10 Millionen? Wo? Wie? Was? Komm mal, Pionier, ich erkläre dir alles ganz genau. Äh, ah, ich habe gerade einen Termin abgesagt. Okay, gut, ich komme dann, Juan. Bis gleich, Sir. Bis gleich. Leute, ist das so klar? Damit kann man die Leute gut anlocken, Geld. Wir warten hier auf Stani, Leute, und dann gucken wir, ob er eine Sons hat gegen mich. Oh, da ist doch der Lerner. Hey, Juan, was geht, Junge? Was geht ab, Paul Berger? Was sagst du jetzt zu meinen Oldschool-Ferrari? Habe ich mir jetzt gegönnt, Alter? Oh, Leute, die bin nicht wichtig. Nette Karre, wa? Ja, nix less, nix less is best. Und zwar, weißt du was, dann kommt direkt zum Thema, ha? Ich habe auch nicht so viel Zeit wie du. Ja, ich habe dich doch. Jetzt kriege ich einmal in 10 Millionen noch Abfahrt. Nein, nein, so geht das nicht, so geht das nicht. Und zwar, ja, du hast es mitbekommen wohl von Lucic und Sue. Pass auf! Ich zeige dir meinen Toulous, hau ab, wenn du saufst, mich kampfunfähig zu machen, um mich zu stoppen, ha? Dass ich mich ergeben muss. Was für ein Toulous? Was ist das? Du meinst den Urus? Nein, der ist auf 20 Desen, Spezial, den gibt es nur einmal, one of one. Nein, nein, das sind Lamborghini Urus, ist das. Ja, das sehen wir gleich. Du hast ja gar keinen Plan. Bitte, der macht mich sauer. Okay, dann du, versuch mich meinen Toulous aufzuhalten. Wenn du saufst, kriegst 10 Millionen GT-Adler. Ich muss immer nur aufhalten, oder was? Ja, wenn du das saufen solltest, natürlich. Hättest du ja mir direkt sagen können, wäre ich ja mit dem Rollator gekommen, Alter. Gar kein Ding. Wie er meint, wie er meint. Ja gut, dann, ich würde mal sagen, die Songs beginnen. Guck mal, wie lange das ist. Boah, ey, warum ist der so schnell, Junge? Ich hab gesagt, das ist ein Toulous und kein Ullus. So, ich hab, guck mal, aber das Ding ist, ey, oah, das Ding ist, du kannst eh nicht fahren. Ey, jetzt hab ich dich gleich. Ey, 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 ey. Ey, warte mal ab, Alter. Ich kann gleich auch noch das Auto wechseln. Ey, 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 wie, mit schießen hier? Ja, bist du ein Zwesting, oder was, hä? Oder 20 zaffen gar nichts. Was, du hast mich... Bin ich kampf und fick? Bin ich kampf und fick? Hä, warum ist der so stark, die Karre? Ey, Leute, er hat den Toulous noch nicht kennengelernt. Was ist das für eine Smile-Spoor? Ey, das Ding ist ja übelst stark. Warum ist der so schnell, Junge? Okay, Stani, ich hab Angst vor dir. Ja, Alter. Alter. Okay, ich glaube, ich muss immer anderen YouTuber ausführen. Du bist ja gar kein Gegner. Da warst du ja Timmersterker. Alter, ich werd dich doch kriegen und werd mir deine 10 Millionen holen. Warte mal ab. Ja, Leute, guck mal, er hat nicht gesaft. Du, es hat mehr, warte, von einem OZ-GTA-Hasen. Aber gut, wenn er so mag, dann will... Gar kein Problem, Leute. Gegen Toulous haft keiner was. Niemals! Beton anlegen. Mett euch das, mett euch das, Leute. So, Leute, wir fahren mal ein bisschen rum. Mal gucken, ob der Nummer ankommt. Sonst glaubt, wir fahren mal langsam zu, Max. Der wäre ja ein Gegner. Oh, Leute, ja, Stani, kein Gegner. Glaubt, mal gucken, euch ist doch... Wir müssen eigentlich irgendein Supermarkt sein, Leute. Dann gehen wir uns ein bisschen was einkaufen. Irgendwie ging's immer das Essen, Macke, ne? Ich glaub, das sind kleine Lahm. Super, hab ich mir verdient. So, der Play-YouTuber ist schon platt gemacht, ne? Und dann, wir holen uns noch Max. Max ist, glaub ich, der herrneste Gegner von allen. Oh, hier ist doch das schöne Ding. So, packen wir mal. Oh, du, was geht ab, Alter? Du großklappe, Junge. Guck mal hier, was mit deiner Karte passiert. Auf Wiedersehen, Turan. So, jetzt komm ich, Alter. Hau mal nicht ab. Hey, komm jetzt, Oliq. Oh mein Gott, du hast aber ganz schön Schiss hier jetzt. Oh, Junge. Wie hält das aus? Wie hält dein Auto aus? Das ist der Tullus, hab ich doch gesagt. Hey, wie geht das? Hey, hey, hey. Weg mit dir. Der ist aber auch nichts lässt. Der ist auch nichts lässt. Wir müssen das slow machen. Komm. Jetzt hab ich dich gleich. Jetzt hab ich dich gleich. Hey, mein Auto brennt. Hey, nein. Mein Auto brennt. Was ist das denn jetzt? Du hast dich zu oft mit dem Tullus gelammt. Du hast aufgehört zu brennen. Haha. Jetzt mal, ich trinke 70. Guck mal, wie du dich traust, rüberzukommen. So, jetzt komm ich auch rüber. Oh mein Gott, ey. Mein Auto ist kaputt. Das Auto fährt nicht mehr. Da läuft Benzin aus. Alter, Scheiße. Hände los, Seil als Gil. Hey, beruhig dich, Mann. Beruhig dich. Ergibst du dich, oder willst du weitermachen? Du, ich muss los. Ich hab einen Termin. Ja, der wird jetzt sehen, Leute. Der wird jetzt richtig sehen, Alter. Jetzt will ich meinen Joker auspacken. Sollte ich mitnehmen, du Smile Spur? Nee, nee, nee. Warte mal, Alter. Ich krieg dich noch. So, Leute. Genau, wir wollten einkaufen gehen, ja? Wir kaufen ganz schnell ein, Leute. Und dann fahren wir zu Max, Leute. So, Leute, wir gehen einkaufen. Was ist da hinten für den Panzer? Oh, nein. So, Tuan, du Großklappe, Alter. Komm mal lieber her, hier. Ja, warte, ich komme. Jetzt auf einmal hast du Schiss, oder was? Er sagt, ich hab Schiss. Alter, mein Panzer ist kaputt. Hä? Ja. Was ist das denn? Was du denken? Oh, guck mal, der Panzer ist voll am Durst, den, Leute. Danni. Kann der Panzer stärker sein als mein So, Tuan? Jetzt reicht's mir, Alter. Seh zu, dass du Land gewinnt. Ja, nee, sauer, Leute. Ich hab dir viel Geld gekostet. Aber kein Problem. Ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt zum Letzten. Und wisst ihr was? Max, hab ich andere Sachen beigebracht. Mal gucken, ob ich sie noch Lauf hat, Leute. Let's go. Wir gehen jetzt hier ein. Oh, Leute, ich muss ehrlich sagen. Du hast neulich aus, von Max sehen auf jeden Fall Baba aus. So, wo ist der Junge? Max! Wo ist der hin? Max! Tuan! So, komm, meiner Klauschen! Ja, dann komm doch mal zu mir in die Einfahrt. Hey, ich bin bei dir in der Einfahrt. Ich bin vor deiner Glase. Ja, ich weiß doch. Aber du siehst mich nicht. Ich sitze da oben auf dem Dach. Scheiße, verdammt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann Angriff aus dem Nichts. Na. Oh, du hast wohl davon zugehört, was hier abgeht, ne? Ja. Okay, Max. Tuan, das war ein Fehler, dass du zu mir gekommen bist. Dass die anderen dich nicht stoppen können, ist mir klar. Oh, Max. Aber ich hab etwas, was dich stoppen wird. Du glaubst, du hast etwas. Ja, weil es gibt nur eine Sache, die Tuan stoppen kann. Und die Welle, hä? Wenn man seine eigene Energie gegen ihn einsetzt. Max. Du denkst, du hast das gesaft, oder was, hä? Ich glaub keine Aufsettung mehr. Alles klar, der versucht dein Glück. Komm, komm. Versucht erst, erst, zum Gott. Oh. Oh. Jetzt werde ich mir dich schnappen, touren. Hey, lass mich los. Max. Aha, was ist los, alter Mann? Wie hast du mich genannt? Wie hast du mich genannt? Alter Mann. Wie hast du mich genannt? Schlag den tausend Söhnen! Ah! Oh. 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 Nein, nein, nein. Ich hab überklieben. Ah, denkst du, du kannst mich so nennen? Komm. Okay. Schlag den tausend Söhnen! Ah! Komm her! Ah! Ah! Aua! Ah! Ah! Der ist da. Ja! Ah! Oh, Touren, jetzt werde ich dich packen. Du, nein, 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 lass mich los. Lass mich los. Ich werde dich jetzt ausliefern. Nein. Ja! Ah, nein, ich hatte schon wieder gewertet. Okay, Leute, jetzt müssen wir mit voller Pulle. Ja. Der tausend unterreden Söhnen! Ah! Ah! Ah, Scheiße, Mann. Oh, Scheiße, ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh! Ah, mein Kopf. Oh, okay. Max? Ah! Wollen wir Unentschieden machen? Ja, ist okay. Okay, ah, lass uns was essen gehen. Aua! Oh! Scheiße, Alter. Oh! Der ganze Körper tut weh, ey. Oh, meine Augen. Okay, Max, okay. Essen jetzt Ente süß-sauer? Ja, ich habe die Ente süß-sauer. Zeig sie mal ein. Oh, Leute, okay, das war's gewesen mit dem Video. Okay, Max, Unentschieden, aber ich habe ja auch die Sonnenkunst beigebracht. Mein Toulos konnte keiner stoppen. Aua! Aber, Leute, wenn ihr was gefallen hat, euch alle sagen, dann lasst ihr einen Like, dann auf die Telef renderiert,, 카�de, Leute, zeig sie doch den Videobeschein. TschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüF- Ich komme!